Hi, ich bin Rudi. Ich bin sieben Jahre alt und wie jedes Kind in meinem Alter liebe ich Weihnachten. Aber ich habe Fragen. Denn wenn man dieses Fest mal ganz genau betrachtet, entdeckt man einige extrem seltsame Unstimmigkeiten. Zum Beispiel, kommt bei euch an Heiligabend das Christkind oder der Weihnachtsmann? Und wenn doch alle Menschen auf der Welt zur selben Zeit Weihnachten feiern, wieso hat nicht jede Familie auch dieselbe Antwort auf diese Frage? In meiner Klasse halten mich die meisten für einen Klugscheißer. Dabei interessiere ich mich einfach nur für vieles. Für Naturwissenschaft zum Beispiel. Mit Naturwissenschaft lässt sich alles erklären. Sie gibt die Antwort auf fast alle Fragen. Mit ihr findet man die Wahrheit. Dachte ich. Heute erzähle ich euch von dem Tag, an dem ich die Wahrheit herausfand. Die Wahrheit über Weihnachten. Gün voll Weihnachten. Tschüss. Tomorrow war Weihnachten. Beides to連ge. Immer Weihnachten. Das warких wovend. Jetzt bin 합 realistic. Bin ich bei mir. Vielen Dank.